hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen dragos news video über meine news ich ziehe morgen aus war ja in einer wege und bin dann ja noch nicht so glücklich gewesen konnte ja nicht so viel streamen und so weiter und videos machen und deshalb möchte ich jetzt wieder aktiver werden es wird einige zeit natürlich dauern aber dann werde ich umso aktiver ich bekomme ja die webcam also ich habe sie ja gekauft die ist aber jetzt heute und morgen wahrscheinlich noch nicht da vielleicht schon morgen aber ich kann sie noch nicht so schnell installieren und alles dann habe ich eben auch eine aufnahme und also vom vom kopf oder von der tastatur aber ich glaube nicht dass sie tastatur braucht weil ich mich ja sowieso verklicke gerne und genau macht dann einfach mehr für euch anstelle von irgendjemandem anderen ständig wie ein sklave behandelt zu werden ja sie sind alle sehr psychologisch beeinträchtigt und ich nicht oder und deshalb bin ich der helfer und die anderen sind gar keine helfer zu mir es ging einfach nicht dass es ist einseitig gewesen wie schon 2015 wo ich ja auch lange zeit kein internet bekam geschenkt also eingestellt bekam und finanziert bekam er und so sachen und das war damals 2015 auch schlimm dass ich dort nicht so aktiv sein konnte und jetzt ja man es hat einfach 20 24 wieder so und das heißt einfach ich werde wahrscheinlich heute abend und morgen mal keine videos und live streams machen können da der pzeit jetzt heute abend schon übergehen muss zu meiner alten wohnung dort lebt ja mein vater noch und ja eventuell muss ich meinem vater wieder mehr helfen aber wenig fünf anderen ständig immer zur seite stehen und das ist eine totale verweigerung mit leuten die total etwas verweigern möchte ich nichts zu tun haben ich kann ihnen nicht helfen ja ich bin ja auch leistin und mache mehr arbeitsstunden als andere menschen das ist einfach so ich mache videos und dann auch nochmals mehr arbeitsstunden dann mache ich noch sport was eigentlich auch eine heftige arbeit ist es ist einfach unfair mein leben gewesen ein jahr und vier monate und das war einfach ein jahr und vier monate zu viel so haben viele meiner kollegen einfach gemerkt dass ich wirklich nicht sehr flexibel bin dass ich immer beschäftigt bin und ja dankeschön für die unterstützung und alle die es gemacht haben und auch fürs zuschauen und so erst mal auch ihr könnt natürlich nicht weiter schauen natürlich aber natürlich dass es so weithin schon so gut war oder bin ja kein anspruchsvoller mensch der hunderte von zuschauer braucht sondern nette menschen menschen die hat ein bisschen zeit für mich nehmen können und nicht so heftig beschäftigt sind ständig und so weiter und das lief ich schon sehr gut und kann gerne so weitergehen dann seid ihr halt meine besseren fans als andere die halt immer nur von anderen irgendwie umworben werden zum gucken immer nur werbung schauen müssen dann oder so ich mache ja keine werbung und deshalb ist es alles doch viel angenehmer für euch und für mich und ich bin gerne für euch da ich mache gerne sachen für euch also auch irgendwelche server dass ihr zusammen spielen könnt dass ihr reden könnt mit mir das noch interaktiver zu mir sein könnt also dass ihr euch die dinge auch sagen könnt was euch wichtig ist und ich es auch annehmen und umsetzen kann das ist mir sehr wichtig also dankeschön für alle die jetzt gerade noch zuschauen zu hören frauen es ist eben wichtig dass ich halt doch leute habe die mich auch ein bisschen fordern die mich auch ein bisschen sozial unterstützen weil ich ein sehr sozialer mensch bin und kaum ein mensch sonst ziemlich sozial ist es ist ja jeder irgendwie gestresst oder will einsam sein und ich muss sozial sein also ihr könnt nicht könnt mir damit helfen wo anderen vielleicht ein bisschen mehr stört aber gut ich habe euch gern und ihr dürft euch gerne mehr zeigen natürlich noch oder mich einfach unterstützen und dann habt ihr es auch wieder besser zum beispiel geld müsst ihr jetzt nicht unbedingt geben das ist alles freiwillig ich kann davon profitieren natürlich auch aber jetzt nicht zum beispiel gerade ein spiel kaufen weil ihr es verlangt oder so weil das ja eher wieder werbung ist sondern ihr dürft vorschlagen ich kann dasselbe auch zahlen das spiel eventuell also wenn ich nur geld habe oder ihr könnt es doch eher wirklich bei mir haben und vielleicht bei einem anderen live streamer nicht oder netzplayer nicht und so weiter aber ich möchte nicht irgendwie werbung für euch machen ich möchte ein mensch sein den ihr für den ihr euch wirklich gerne kümmert oder ja zusammen seid oder ich möchte mit ihr möchte etwas machen ganz normal leben nicht werbe nicht arbeiten ich möchte alles wie eine freizeit mit euch machen und ja da dürft ihr natürlich auch gerne eben auch etwas von mir verlangen das hat jetzt gestern auch der leon gesagt ok jetzt mache ich meinen tag mit dir einen live stream und zwei videos von god simulator ein paar ist ja schon hochgekommen heute morgen schon da und einer kommt heute noch und deshalb kann ich eben zwischendurch auch ein bisschen aktiver sein manchmal ein bisschen pause machen und youtube und twitch von uns ja dann nicht und da habe ich wieder weniger aufrufe aber das ist mir egal also wenn ich halt nicht mal etwas machen kann dann kann ich nichts machen und wenn ich etwas machen könnte dann mache ich es auch und ja eben wenn es zu viel ist schreibt es auch oder ja wenn ihr nicht zugeschreiben wollt dürft ihr es auch gerne schreiben oder so ja einfach ein bisschen mit mir kommunizieren wäre nicht schlecht und könnt auch mitspielen und so sachen also ich habe jetzt ein server 1.21 version ich suche gerade die gürteltiere hier deshalb bin ich jetzt hier aber wir finden wieder keine gürteltiere die sind viel zu selben ich glaube ich muss oben hin also ich muss zum beispiel auf diesen hügel hoch jo sieben minuten ungefähr ich denke ich mache so acht minuten news das ist hoffentlich nicht zu viel für euch so und ja eben heute und morgen werden mal keine videos im live stream kommen können eventuell also ein video eben habe ich noch aber sonst kann es sein dass es hat jetzt kurz noch wieder eine pause gibt bis ich umgezogen bin und danach das ist ein hund ein dreifarbiger hund wie cool mega schön wow ist ja mega schön und wie niedlich du es schaust sind so nette wölfchen sind ja noch wölfchen bis man sie zähmt und dann sind es hunde aber gürteltiere schade ich darf nicht zu viel rennen und hüpfen ja balken essen das ist auch cool wow also mein kopf wieder mega motivierend ein bisschen schwer momentan wieder etwas zu bauen aber wir haben ja vor diese schwarze also diese tiefen schiefe sehr grau burg zu bauen mit bisschen honigblöcken und so diesen bienchen und wölfchen wir können noch ein paar knochen platzieren ja und dann sieht es aus als würde es eine wolf bienenburg sein mit zwei menschen oder mehr menschen dann ja ich finde dieses dorf nicht wo leon gefunden hat der ist glaube ich in die richtung gegangen und ich bin ja in die richtung und dann hier ja ich bin einfach nicht beim dorf vorbei aber egal was ist dort was ist das ah was was ich dachte schon das ist immer so ein äh in dem tempel also diesen dungeon an der oberfläche gespond hm ja die sichtweite ist halt eben glaube ich auf 12 und das ist halt für einen selber noch viel zu klein zu wenig sichtweite ich spiele aber viele mit geringer sichtweite wegen der performance von java aber egal ich kann ja java so gut ähm einordnen also grafikoptionen so gut machen dass ich ja mit 30 ähm chunks sichtweite noch 60 fps habe jo und ich spiele jetzt gerade ganz ohne mods und plugins ja er wollte jetzt noch nicht speakert haben der leon aber eigentlich könnte ich speakert auf den server machen und die leute reinlassen ok wirklich nur ansteige Leute reinlassen auf dem anderen server ja und der andere server kommt ja auch so schnell wie möglich 1.21 äh kleinwegeplatte goldkrumme das sind alles wichtige items für mich ein knochen brauche ich ja nicht oh nein spitzakon brauche ich noch aber jetzt schauen wir nochmals ah Lamas haben wir schon mal gefunden aber die brauche ich jetzt nicht unbedingt schon so schnell dann machen wir auch brauchen eine Lamaburg wir könnten so vier teile machen die einfach tiefenschiefer als grundbaustoff haben und dann auch noch ein holz ein ähnliches holz oder für gürteltiere akazienholz und für Lamas könnten wir ja bichtenholz nehmen oder so ja fast nicht so aber irgendwas anders oder für Lamas das ding und dann haben wir so vier tiere die wir einfach züchten und genießen katzen werden wahrscheinlich als vieres noch kommen oder pandabären da für dschungelholz da für dschungelholz genau ok machen wir mal katzen nicht die nerven sowieso mit dem die können wir ja irgendwo draußen am hafen lassen oder so dann ist der hafen im katzenhafen wie geil also das ist ein live stream projekt auf twitch.tv slash dragobasler damit ihr das versteht wo das ist und ja werden noch Aufzeichnungen von twitch kommen damit die nicht nach 16 Tagen wieder gelöscht sind weil ich will sie ja auch auf youtube haben also schaut diese Aufzeichnungen ruhig mal ich mache ja die qualität wie bei videos dürft ihr gerne mal schauen dann habt ihr einfach sechs stunden mich als let's player und ich das unbedingt live streamer wo er ein bisschen langweiger meistens ist oder ich kann nicht langweilig live streamen das geht nicht beim auch mehr reden und mehr erklären und mehr spielen also immer wieder Leute zu begrüßen klar einfach nicht wundern wenn ich euch mal nicht direkt begrüsse aber wenn ich ständig begrüsse dann fühle ich mich auch als Zuschauer nicht gerade so ernst genommen beziehungsweise genervt oder ich möchte auch euch nicht nerven während dem schauen also wo ihr schaut oder es ist halt einfach wichtig dass es euch gut geht mir muss es nicht unbedingt so gut gehen aber trotzdem möchte ich natürlich schon gerne euch auch zeigen dass es mir gut geht also es wird mir wieder besser gehen und ja jetzt sind die unterbrüche auch wieder weg dadurch habe ich hoffentlich auch wieder mehr Zuschauer aber Leute sind manchmal so dass sie mich zuschauen und dann wieder vergessen wo sie mich subscribt oder abonniert haben ist ja das gleiche einfach alles anders und ähm ja ich habe keine Gürteltiere gefunden tut mir leid das Video ist so schlecht nein das Game ist so schlecht gut also 12 Minuten 20 ist viel zu lange schon Dankeschön fürs Zusehen bis zum nächsten Mal euer DragoBasl also vielleicht ein zwei Tage ein bisschen peischen aber dafür dann wieder mehr und kommt gerne mal auf twitch.tv www.tragoBasl vorbei und genießt doch ein euer Leben noch ein bisschen mehr bei mir könnt es tschüss www.tragoBasl